hallo und recht herzlich willkommen hier zu einem neuen folge hier ist die landwirtschaft simulator 22 hier von der lbg schwarzen bumpe map ja sie sind heute wieder mal unterwegs mit gülletechnik ihr auffällt wir müssen ja die r-reste die wir so produzieren auch loswerden und das bringt sich hier mit ein und funktioniert bis jetzt hervorragend aber ich werde mal gucken ich werde mal gucken ob wir nicht tauschen beziehungsweise uns das original holen mit dem gülle separator und so müsste ich noch mal hier kommen da 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 die da Und wir nehmen das noch mit. Gehört ihr dazu. Achso, in schleppig Schlauch. 30 Meter. 9. 12. 12. 6. 30. 21. 18. Den haben wir. 21. 22. 22. 23. 23. 23. 24. 25. 23. 26. 26. 26. 26. 27. mann so heute mal Nur auch nicht. Jetzt müsste es ja rein theoretisch gefunden haben. Hm. Vielen Dank. Da sind immer die Anfangsschwierigkeiten. Das nervt! Jetzt muss es aber funktionieren. Oder auch nicht. Wieder aus und einfahren. Okay. 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 Vielen Dank. 22.000 Liter. Mal gucken, was der kleine im Tank hat. 22.000 Liter. Mal gucken, was der kleine im Tank hat. Ist doch schon ein Unterschied, ob mit 22 oder 16. Was der kleine im Tank hat. Aber ich kann ja auch mit Gülle-Separator arbeiten. Beziehungsweise mit Feldrandcontainer. Was können wir beim nächsten Mal mal zeigen? Und ich ein größeres Feld habe. Aber eigentlich nur große Felder. Aber fast nur große Felder. Könnt auch die Ausbringmenge erhöhen. Mal gucken, was hat so ein... 55.000... 65.000... 30.000... 33.000... 34.000... 34.000... 30.000... 30.000... 30.000... 30.000... 30.000... Mal ein bisschen doof hier. Ein bisschen doof. Ein creepy. Ein paar Mal zurück. Ein bisschen doof. Ein bisschen doof. Das war's für heute. Das war's für heute. Leider nicht das gewünschte Ergebnis. Noch mal kurz gucken hier. Das war's für heute. Ich mein zum, zum, zum Testen nur so reicht. Das war's für heute. So, wieder leer. Okay. 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 Ja, und einmal mit Kalk rüberhauen, dann ist alle wieder schick. Jetzt wird wieder kritisch. Haben wir schon gespeichert? Das könnte ich glauben, ne? Ja. 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 Ja, hätte ich vorher sehen müssen. Vielen Dank. das prinzip haben wir so weit verstanden und funktioniert ja auch so Ja, mit diesen Bildern werden wir uns hier für heute mit diesem Video verabschieden. Ja, es funktioniert. Ich habe am Anfang Mist gebaut bei der Berechnung. Aber wie gesagt, es funktioniert. Und darauf bin ich ja stolz. Dann sage ich erstmal schönen Dank für das Rennen und Einschalten. Der größte Teil ist auch schon gemacht. Davon abgesehen. Und beim nächsten Feld werde ich halt mit Gülleseparator arbeiten. Beziehungsweise nicht mit Gülleseparator, sondern... Ach, wie heißt das? Feldrandcontainer und so? Das wird richtig schnicker. Aber muss ich mir überlegen. Das mache ich, glaube ich, bei Feld... ...10, genau. Ja, mit diesen Bildern tue ich mich ja erstmal wieder verabschieden. Dann sage ich mal schönen Dank fürs Einschalten, fürs Einschalten. Und... ...und... ...und bis zum nächsten Mal... ...Chirio! ... 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